Ah, grandiose Aussicht, oder? Dank dir funktioniert hier wieder alles. Was? Du redest schon mit der? Doch es gibt noch genug zu tun. Ja. Ich glaube, du musst dich selber auch ansprechen, oder? Jo. Wähle deine Klaunung. Ich habe einen Plan, aber ohne dich funktioniert er nicht. Bei der Stadtevakuierung haben wir ein Rotlegion-Signal von oberster Priorität abgefangen, aber wir können die Verschlüsselung nicht knacken. Holiday sagt, es gibt Technologie, die die Arkologie zum Laufen bringen kann, aber sie befindet sich im Feindgebiet. Du müsstest blind reingehen. Ist schon seit Jahrhunderten dunkel. Was wir aber wissen ist, dass die Scharda unten ihr Unwesen treibt. Aber wenn du dabei wärst, setzen wir den Plan in die Tat um. Was bringt denn die ganze Ausrüstung? Kann davon eigentlich quasi nichts benutzen. Tja, ich schon. Du bist doch nicht Level 6. Egal. Ja, man kann sie kaufen, aber halt. Mach das nicht kaputt. Ich habe mir was gekauft und... Ich kaufe mir mal... Oh, ist hier wieder so ein blöder Revolver, Alter. Ich hoffe, damit kommst du klar. So, oh no. Oh Mann, es geht. Wo ist mein Kollege? Ach, da ist mein Kollege. Ach, jetzt können wir, glaube ich, eine Mission ausfüllen. Ah, ich habe einen neuen Sniper, die mehr Bombs machen. Aha. So, und was machen wir nun? Ah, jetzt müssen wir da hinten hin. Ich flitz mal los. Boah, hier sind die übergegt noch. Na komm. Nein, nein, nein. Boah. Na komm. Elf Baller, alles weg. Es waren ja nur zwei. Moment, wieso ist das... Wieso ist die Mission nicht markiert bei mir? Hä, ich habe sie markiert. Ja, weil ich sehe nichts vor. Ähm, echt, ich folge dich. Wiederbeleben? Ne, jemand anders. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht dort. Ja, weil, so oft geploppt. Ja, das ist ein Event. Da können dann mehrere teilnehmen, dann kriegst du eine dicke, wette Loot. Und wieso machen wir das nicht? Du bist der... Ja, das hat ja schon wieder angefangen. Ja, hier, das ist auch ein Event. Begib dich zur Flagge. Wollen wir es machen? Hab mich schon angemeldet. Seitens zum Beginn des Events, zwei Minuten. Was machen wir so lang? Was machen wir so lang? Wir suchen Gegner und plätten die. Ja, müssen wir nicht irgendwie hier im Umkreis bleiben, so ein bisschen. Das Event steht da oben, wann es anfängt, dann kommen wir zurücklaufen. Ach so. Polrengeballort. Boah, so lange. Oh. Oh. Alter, ich wirf die Granate immer gegen dich. Ich bin immer im Weg. Jedes Mal. Dann sag mir Bescheid, wenn du wirfst und sag, äh, aus dem Weg. Ey, Dicker, mach mal Platz. Genau. Oh, da sind noch welche. Oh, renn doch nicht weg. Ich renne doch nicht weg. Ja, der, der da. Der rennt vor mir weg. Schon klar, dass ich hier keine Kills mach, wenn die alle vor mir wegrennen. Die waren halt zu mir, du bist denen zu... Ja, das ist ein Pro. Will ich? Ja, das ist ein Pro. Er ist schon gleich ein paar zweimal gestorben. Äh, das, 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 ähm, das war nicht meine Schuld. Oh, jetzt wieder auf andere schieben. Ja, das war noch ein Fehler vom Spiel. Fehler vom Spiel. Ja, klar. Wow, gibt der mir eine. Fehler vom Spiel, Alter. Ey, Junge, guten Freunden gibt man aber zwei. Oh, jetzt rückt der wieder weg. Ja, weil du da bist. Guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder einen Zwanziger dabei. Der räumt jetzt hier alles weg. Danke. Oh, eine Luke-Kiste. Aua. Dankeschön, Herr Zwanziger. Au. Wer hat die Grütze geschossen? Du? Ich hab gar nicht geschossen. Ich red doch nicht mit dir. Du kannst mir doch nicht Aua machen. Geh mal zum Event langsam, oder? Ja. Lad die Waffen nach. Ja, ja. Weil wenn hier so ein paar Zwanziger sind, dann könnte es ein... Ich geh einfach in Deckung. ...ein legendäres Event werden. Und dann wird's fett. Okay. Ein bisschen tauschen hier. Lad auch deine Superwaffen nach. Ja, ja. So, Event beginnt. Jetzt wird's blau. Das heißt, wir sind jetzt im Event drin. Uh, Hexen-Ritual. Oh, ja, nee. Wo müssen wir jetzt hin? Äh, wir gehen mal zum... Oh, hier hat rein. Oh, ja. Okay. Voll draufhauen. Oh, die blöden Hexen wieder. Oh, mach die voll down. Alter, rauch, rauch. Alter, weh, den krieg ich hier auf die Kresse. Oh, ich hab keine Granate. Der ist mega geil gewesen. Achso, du bist grad der Titan, ey. Jo. Die sagen doch auch, eine Titan. Wow, 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 wow. What the fuck? Wow. So, das kommt voll die Gegner raus, halt auf's Tor, halt auf's Tor. Boah, hier können wir gut leveln. Hier können wir echt gut leveln. Kommt der nochmal eins? heroisch das event beigetreten ja ich glaube dann gleich die benachrichtigung erfolge erfolge aber wenn wir das hier überleben hat er so viel an der munition schnapp sie dir und hau drauf wir haben ihn erledigt und ich mach super an und alle sind weg willst du mich verarschen level ab hier verdinger umliegen ich baller hier gerade meine super noch raus und dann sind plötzlich alle droht was an der nutze da wisse da haben wir noch ein schnelles event nebenbei gemacht was zum aufheben die munition nicht so viel lille an die munition ja wir hätten eigentlich voll raushauen können ja man das habt ihr ja schon am ende gesehen aber ich sag dir die 20er die ballern einfach alles weg ich habe die frage ob das jetzt für die ein bisschen leichter war weil wir dabei waren oder ach die haben bestimmt nur lila waffen und sonst irgendwas und wir kleinen zwerge haben uns einfach mal abgemischt eingemischt kann man jetzt mal jetzt kommen hier schiffe ich glaube das bringt nicht viel doch die nehmen schaden und dann setzen die nicht so viel ab nicht die haben nur zwei stück ah guck mal hier ist noch nicht was voll dran vorbei augen auf ein token warum laufen eigentlich ja ich mach's ja kaputt muss das kaputt machen du loot geiler kaum munition wir waren gerade bei einem event da lag munition ja aber es lag halt nur lila ne munition da und ich hab mit meiner grünen kaum mehr munition das ist das problem oh mr pj ich hab ja so'n blöden revolver bitte wechsel die knarre oh oh hi okay ich glaube wir kommen heute nicht mehr da kann das sein ja das ist echt direkt bis hier war das auch wieder so ne box ja aber dafür müssen wir erstmal die zugeblatt machen der hat zweimal drin gedroppt wo 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 ich räume mal kurz hier auf ja ich hab auch meine super gemacht wo 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 jetzt können wir ran so habe ich jetzt endlich genug munition wo 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 das wo 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 jetzt Sind sie schon da? Nope. Dat Ladezeiten. Oh, dein Xbox ist so langsam. Wir sind wieder genau am selben Ort. Du bist so riesig. Das ist der eine Menge an Elektrizität feststellen, die in die Arkeologie geleitet wird. Und Anlauf und Jump. Autsch. Gehört unbemerkt. Ja. Ich kenn deine Stealth Games. Probierst du jedes Mal. Boom. Boom, boom, boom. Und dem... Autsch. Wie war das unbemerkt? Ich sag ja, ich kenn deine Stealth Game Art. Nee, nee, nee. Du kannst kein Stealth. Ich kann schon, wenn ich will. Sollte Ubisoft jedes irgendwann mal noch einen Splinter Cell rausbringen. Spiel es nicht. Spiel es für mich unbedingt rein. So, ich hab Blacklist da und so aufgespielt. Ja, wie gesagt, ich kenn deine Stealth. Wie, ja. Ah. Was? Hm. Ja. Sagt mein Hund auch immer. Was ist von ruhig? Den ich nicht habe. Wo willst du hin? Äh, wo musst du hin? Wow. Zuhören. Dein Geist sagt mir gerade, sie wollen durch diese Wand. Ich geh durch diese Wand. Also nochmal Respekt am Bungie. Die Macher von Halo, sie wissen, wie man Welten macht. So schön grün, die ja. Es sieht so an, als wäre das Betriebssystem der Ökologie wieder online. Ich wusste es. Du musst dein Betriebssystem Zugangsterminal finden. Komm, wir sind in einem grünen Wald. Zeig mir ein paar Kisten mit dicken, fetten Waffen drin. Will er nicht? Nö. Mag er nicht. Du hast den leuchtenden Teil hier. Ich weiß. Echt? Ja. Cool, oder? Ja, das schmeichelt deiner Figur. Oh, dankeschön. Es ist gerade ein anderes da. Also muss ich ja das weibliche hier, ne? Hallo? Mann, nimm, was da ist. Gibt's ja gar nicht. Doch, bei Roller. Oh mein Gott, wie schlecht. Achtung, Füß hoch, der kommt flach. Mega. So geht der da rein, also ich würde den Geist voll mal reinhauen, wenn der in meinen Fernseher reingehen würde. Okay, ich hab den Standort. Lass uns einen Weg nach unten hin. Ja, mach den du ob. Danke. Siehst du, freundlich. Das sieht mir gar nicht sicher aus. Achso. Großes Areal. Spring halt runter. Ja. Ich bleib hier oben. Hallo? 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 Au! Was? Ich hab gar nichts. Oho, die kommen aus dem Wasser. Nein, ist nichts. Nein. Große Areale in Shootern heißen immer was. Nein. Aber das sind die Kleinen. Egal. Oh, nackert machen. Wie gesagt. Hab ich schon schön zugerannt. Menge, Mann. Immer gehen die durch. Ah, ne, doch nicht. Hey, die gehen manchmal voll in Feuer auf, wo ich sie mit dem Messerblatt mach. Geh weg! Was, ich? Nein, nicht du. Die. Oh, die gehen mir gerade heftig. Super heftig auf die. Böse. Attacke! Ich geh rein! Und ich darf. Nein, ich hab die Pumpe. Problem ist, die braucht nie bis zu lang zum Nachland zwischen den Schüssen. Ja, aber das macht die genau wie mein Sniper One-Shot. Ja, nicht immer. Oh, hinter dir. Gib dem eine. Guck, so geht das. Ja, hab ich doch gemacht. Oh, Hexe. Die Feuerrate von dem Ding ist zwar Hammer, aber das Ding macht kaum wie gar keinen Schaden. Welche Grube? Ja. Hui. Was du nicht sagst, wäre mir nicht aufgefallen. Ich brauche Aufmerksamkeit. Oh, servus. Der war schnell down. Ja, wenn du hier mit deiner Schottie rumballerst. Wo kommen die alle? Oh, nee. Nicht mit der Sieg. So ein blödes Auge. Halt mir die Dinger vom Leib. Ich baller mit der Sniper drauf. Mach's ja doch schon. Mach ich doch. Mach's ja halt ein bisschen im Nahkampf. Wow. Hui. Ja, nö. Panate rein. So, haben wir hier mal einen Schutzball. Wow. Was denn? Da kommen wir uns schon verstecken. Zum Ausruhen. Ja, aber die sind auch so. Verstecken sich auch. Okay, ich geh runter. Ich bin schon längst unten. Oh. Ja, jetzt seh ich dich. Warte, die rennen wieder an mir vorbei. Wow. Diese grünen, mit dem grünen Gesicht. Ja. Kommen dir nicht zu nah. Ja, die sind an mir vorbeigelaufen. Die sind direkt zu dir. Ja. Ich hab die im Nahkampf gemacht. Und auf einmal explodieren die. Kalsch. Ja. Die droppen wir irgendwie nur lila, wenn Munition voll ist. Na, bei mir steht im Leer. Oh, oh, oh. Nein. What the fuck? Geht bei dem ab? Raub, 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 raub. Der war ja schnell down. Wow. Da, lila. Meine. Oh, lila. Nirgends. Kein lila. Oh, oh. Oh. Ich bin gestorben. Muss man hier nicht runterspringen? Ey, ich hab in ne, in ne, keine Ahnung, bei zwei Drittel oder so, hab ich sogar meinen Sprung gemacht. Aber da hat er trotzdem keinen Bock. Schwer in der Halle. Oh Gott. Ich hab's geschafft. Geht noch. Ich muss warten, bis mein Schwebezustand weg ist. Äh, und jetzt? Einmal hier rüber. Ja, du hast, äh, deinen Geist. Der sagt dir, wo du hin musst. Oh, Alter, komm, den Sprung, den schaff ich wohl eh wieder nicht. Alter. Achtung, was da hin. Oh, oh. Ich hab's. Oh, oh, oh. Oh. Sag doch, dass da kein Boden ist. Ja, du musst auf die ganz kleine Plattform. Ich kann dich jetzt halt nicht wiederbeleben, weil ich... Du musst hier, wo ich jetzt stehe. Ja, ich hab's jetzt auch gesehen. Nur, das sieht von hier oben aus, als wäre das so wie dein Boden, wie eben, wo du gestorben bist. Ja, eben. Du musst genau hier hin. Au. Was? Wieso bin ich... Dich hat's irgendwie so, so weggeschleidert. Was machst'n du? Ey, kurz bevor ich lande... Komm, was machen wir hier nochmal Sprungübung. Kurz bevor ich lande, drück' ich. Da, sanft wie... Das war jetzt aber nicht gedrückt, oder? Doch. Sanft wie bei... deiner Mama. Aha. Das ist meine Mama. Oh, runtersleiden. Ja, willkommen bei Call... Nee. Halt's Spiel. Call of Destiny? Ja. C-O-D. Auf du die. Oh, der macht wieder alles kaputt. Ich denk so, ey, hier geht's gar nicht weiter. Oh nee, der Junge macht halt wieder alles kaputt. Guckst du, weil... Da oben ist... Oh! Hallo? Naja, ich baller jetzt nur noch auf alles. Außer auf die ganz Großen. Die mach' ich noch Einzelkampf, aber die Kleinen... Vergiss es, nachher explodier' ich wieder weg mir. Wenn dann nur der Grüne. Also, die Grünen muss dann halt aufpassen. Ja, den hab' mich lieb, ja. Au! Was rief'n du? Zwischen die... Spalte. Zwischen welche Spalte? Junge, was machst'n du? Die Spalte hier, genau die! Ja. Äh, falsche Richtung. Okay. Guckst du feil? Ja, wenn ich immer mal alles so... Iiiiih! Guck mal da! Guck mal da! Äh! Äh! Ich glaub' noch mehr. Ich geh' raus. Ich mach' alle kaputt. Ich treffe nicht. Nix Neues. Boah, hier sieht das ja mal mega geil aus. Die Lichteffekte. Ja. Wow. Das ist jetzt auch 4K und ich wär' blind von deinem Gürtel. Von meinem Gürtel? Von meinem sexy Ass. Ja. Den seh' ich gar nicht, weil du so verleuchtest. Dann strahlt dir so entgegen. Böck-disch. Ja. Wieso lauf' ich immer mal vorne? Jetzt kann ich dir dein Ass gucken. Schon mal auf meinen Arsch abchecken. Ja. Uiih. Dead cool. Wah! Oh, oh. Das schaff' ich nicht. Hä? Okay. Hä, wo bist du? Ja, ich bin hier gelandet. Okay. Bin hier. Ja. Auf. Woher haltet ihr die Kugel hier? Ja, und jetzt? Na, das ist der Prozessor, den wir klauen sollten. Lauf! Ich kann nicht schießen, gell? Ja, komm. Ich halt dir den. Ich mach den Weg frei. Komm, 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 komm. Ja, ich spiel mir jetzt hier auf Football oder so. Ich hab das Ei! Ich hab das Ei! Ja, komm! Wir nehmen den Vorderang. Jemanden zu schicken, der dich abholt. Komm! Komm, holiday! Ja, bin schon dabei. Komm! Bist du drin? Ja! Okay. Ich kann gar nicht schießen. Ey, das ist kräg kein Passport. Oh, das ist ja nur ein Fahrzeug. Egal! Yes! Juhu! Auf alles drauf! Ich mag auch, ja! Bam! Noch Leute umfahren! Ey, ich bin der bessere Fahrer! Du bist nur vorne! Ey, der ist mir gar nichts übrig! Bei der Ego! Er ist ja auch ein Ego-Shooter! Wenn schon, denn schon, ja? Oh, du hast den großen nicht kaputt gemacht! Ja, dann nimm das, was ich übrig lasse! Ja, das war ein bisschen schwierig gerade. Also in der Ecke. Ich sehe hier nur Zahlen aus dem. Yeah, schön drift und... Der stand auf mir drauf und dann habe ich Schaden gemacht. Der ist gestorben. Oh, das ist ein paar. Yeah, das war ein Need for Speed Payback. Ich wusste, dass du hier in der Zukunft spielst. Du machst die Dicken, die machst du gar nicht. Die Ritter. Das ist alle stehen. Wie lasse ich die übrig? Boah, stell dir jetzt mal vor, wir müssten hier durchlaufen und uns durchballern. Na, hast du das geschafft? Kriegst du es hin? Wir sind aus am Ende der Straße. Ja, ja. Gut. Und da ist er auf der Zielgeraden. Who's the best driver of this planet? Was? Ich bin da irgendwie ausgestiegen. Ich bin fast runtergeflogen. Ich habe gedacht, irgendwie ein Turbo kann ich noch machen. Ja, klar. Nose-Einspritzung, ne? Ja. Ich bin da irgendwie ausgestiegen. Ja, genau.